Musik 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 Und damit willkommen zum Fasersymbolator Oh ja Leute, ich sehe absolut scheiße aus Aber ist auch egal, denn Wir spielen heute Fahrrad-Simulator, ja. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, nur muss ich dafür auch die Kopfhörer aufsetzen und das Ganze wird jetzt super scheiße aussehen Musik 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 Okay, ne, ich muss die Musik Musik Das ist mein Leben als YouTuber Okay, lasst uns anfangen Leute Eine Sache fehlt noch Perfekt Sieht wunderschön aus, oder? Okay, ich würde sagen Leute, lasst uns anfangen Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt Und lasst uns anfangen Mit dem Video Ich bin bereit für das Spiel Leute Ich hoffe ihr auch Wieso fahre ich nicht? Okay, okay, okay Haaren Neue Session starten Das ist das erste Mal, dass das Spiel spiele, okay? Ich brauche ein kleines Tutorial Haha, guck mal mein Name steht da sogar drauf Haaren Oh Jaaa Guck mal wie schnell ich bin Wuhuuu Wie bremst du? Oh Kein Problem, kein Problem Kann ich ja springen? Jaaa Oh Ach Mist, ich darf nicht stürzen Haha, komm schon Baby Kurve Durch die Fahne Und jetzt wieder eine harte Kurve Easy Baby, komm Den Helm, den er hat Den hab ich auch Das ist voll passend Und Wuhuuu Doppelterrück beiseite Haha, mach das nach Hehehehe Zu gut für das Spiel Keine Ich hab irgendwelche Tassen gedrückt Ah, mein Ohr Ah Okay Okay Nochmal die Rampe Komm Ah, ich hab noch einen Versuch Okay, okay Ich spiel jetzt safe 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 ist mein Name Das ist safe Das ist so safe, ne? Kein Fehler, Leute Ich darf nicht hinfliegen Aber ich darf auch nicht von Gas runter gehen Denn Geschwindigkeit ist alles, was zählt Easy Tutorial überstanden Jetzt Kommen wir zu dem richtigen Level Uh Eine freie Bahn Eigentlich kann ich überall rumfahren Ja Wow Yeah Oh ne Rampe Auf der Rückwärtsseite Easy Ich bin einfach zu gut für das Spiel Zack, rückwärts Klappt nicht wirklich Hehehe Ich finde, ich hab denselben Gehen gut aus, oder? Sieht gut aus, oder? Okay, machen wir Ein paar Mods Oh, guck mal, wie viele Fahrräder es gibt. Kann ich hier umtreten? Stark. Das kann doch nicht sein, dass ich mich umtrauen kann. Hört. Okay, was ist das für eine Map? Rewrite-Line. Oh, oh, oh. Jetzt geht sie voll schnell runter. Woo! Oh, und damit Backflip. Und jetzt in die Kurve rein. Raus, zack. Und Sprung. Komm. Kann ich nicht einfach einen anderen Weg wählen? Wie wäre es hiermit? Mhm. Warte, ich kann das schaffen. Mit einem Rückwärtsalte klappt alles. Zweifacher. Und tot. Also ich will versuchen, jetzt bis zum Ziel unten zu kommen. Soll das ja nicht zu schwer sein, oder? Mit der Tröte des Sieges schaffe ich das. Tröte! Bring mich zum Ziel! Let's go, komm! Konzentration. Keine Fehler, keine Fehler. Perfekt. Schön in die Kurve rein. Schön Speed mitgenommen. Sorry! Das war knapp, aber... Kein... Nein, 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 nein. Wir fahren nicht um. Wir fahren einfach außen rum. Alles gut. Wir sind noch sicher. Rückwärtsalto. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Aber es ist cool. Das war... Unerwartet. Nein, die Swammy da oben. Was ist das für ein Scheiß? Okay, Abklötzung. Scheiß drauf. Ich bin einzig mit dem Fahrrad. Komm, wir paaren uns. Ja, paare dich. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Egal, ich fahre jetzt hier lang. Der Weg ist eh viel besser. Okay, links um die Kurve, glaube ich, rum. Ja. Ja. Linke Kurve. Zack. Und wir kommen nicht an. Fangen wir jetzt dazu. So muss das sein. Und jetzt springen wir voll in den Schild rein, weil wir es kennen. Okay, weißt du was? Ich sehe hier rechts eine Kurve. Und eine riesen Rampe. Und die benutze ich, um... Hi, Kameramann. Scheiße. Ja, nee. Boah, der Trick war insane. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber ich sage mal so vorweg, Leute. Ganz kurz, okay? Ich habe jetzt vor, öfter Simulatoren zu spielen. Und irgendwie mich dumm anzuziehen. Weil es einfach Spaß macht. Einfach auszusehen, wie der größte Idiot. Deswegen schreibt mir mal bitte gerne in die Kommentare unten rein, was für Games ich noch spielen soll. Ich würde mich auf jeden Fall mega... Freuen. Hey, Kameramann. Kann ich dich umfahren? Wie sieht der denn aus? Vor allem das T-Shirt, Alter. Dein Leben ist echt die Hürde, glaube ich. Guck mal, was ich mache. Guck mal, was ich mache. Level wechsel. Kann ich jetzt darüber noch die Kapuze aufziehen? Ja, was man nicht alles macht für YouTube, ne? Leute, lasst gerne einen Daumen hoch, oder wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Ich fühle mich wie der größte Idiot auf Erden. Ich bin halt einfach dieses Nachbarkind. Wenn die Mutter sagt, komm, spür mit dem Nachbarkind. Und das Nachbarkind sieht einfach so aus. Das bin ich. Hi. Okay, was ist das jetzt für eine Map? Hier ist einfach nichts. Einfach Wüste. Uh, Wüste. Wir sind denn in den Saharas. Spürt ihr die Atmosphäre? Spürt ihr die Musik? Okay, was ist, wenn ich jetzt in die Richtung hier fahre und springe? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der T-Shirt. Wow. Das ist so cool. Ich wusste gar nicht, dass man hier so rumglitschen kann. Warum uns dieser Weg hinführt? Wir fahren hier lang. Vielleicht ist es eine Rampe. Nicht hinfallen. Wir wollen zur Rampe. Ich bin super schnell. Komm, gefährlich. Sprung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind so schnell. Der Sprung war übertrieben langweilig gerade. Oh mein Gott. Okay, ich will nochmal fliegen. Das Ding ist, ich bin hier voll alleine. Irgendwie mag niemand die Map. Oh, guck, wie cool das aussieht. Oh, First Person. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, Hilfe. Ich sehe nichts. Aua. Oh, ich bin tot. Anderes Level. Oha. Kann man das lesen, was da steht? Da steht Schnitzel fest. Locker Tower. City Park. City. Jump City. Aha. Da fahren wir mal nach rechts, oder? Oha. Oha. Im First Person kickt das hart. Oh, kein Problem. Oh Gott. Emotion Sickness. Hilfe. Ah. Okay, wir fahren anders. Wir fahren normal. Wir fahren normal. Jetzt habe ich mehr Kontrolle. Weil wir nehmen Abkürzung. Abkürzung. Das kennen wir. Oha. Der Grind. Nice. Er hat mich gefühlt wie Tony Hawk gerade. Hopp. Wieso kriege ich diese Sprünge nie hin? Oha. Gibt so viele Jumps, Alter. Was? Ich kriege den einfach so wieder nicht hin. Oha. Jetzt kann ich hier oben. Oha. Let's go, Baby. Komm. First Person. Komm. First Person. Schaffe ich es. Oha. Wie gut der Sprung war. Gott, Junge. Ich habe gar nichts gecheckt. Ich checke einfach gar nichts so. Mieser Trick. Und fertig. Und jetzt. Sprung hier. No. Oha. Habt ihr das links gesehen? Können wir das links sehen? Jump City. Da müssen wir hin. Ich fahre jetzt zu Jump City. Da kenne ich gar nichts. Jetzt sein muss ich mich auch hier abkür... Mist. Wie komme ich da hoch, verdammt nochmal? Ich kann hier echt hochfahren, oder? Wait. Wie komme ich denn da hoch? Starker Spawnpunkt. Der beste Spawnpunkt meines Lebens. Ich habe es überlegt. Ja, doch. Ich glaube, hier ist der Weg. Ja. Ja. Ich bin auf dem Tower oben drauf. Wow. Oh, ich habe ein Checkpoint bekommen. Yeah, Baby. Und ich fahre direkt hin. Das kann doch nicht sein. Ich muss langsam hier runterfahren. No. Wie langsam muss ich hier noch runterfahren? Come. Let's go. Ja. Woo. Tod. Ja, das ist, glaube ich, der beste Sprung von einem, den ich hier habe. Okay. Ich bin bereit für den heftigsten Sprung meines Lebens. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja. Woo. Doppelter vorwärts. Dein Tor. Wirklich gelandet. Und ich bin tot. Ich bin so scheiße in dem Spiel. Obwohl. Wartet. Nein. Ich bin dir scheiße. Woo. Okay. Vielleicht doch. So, Leute. Ich denke, das war's. Erstmal. Das war's, denke ich, erst mal mit Kart-Simulator. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Wenn ihr noch mehr von solchen Games sehen wollt. Ja. Das sieht einfach doof aus. Also, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ja. Und schreibt gerne in die Kommentare andere Games. Meine Arme sehen so scheiße aus. Ich würde sagen, Leute, das war's für das Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, mein Finger.